Gnähe, Frau? Bitte lassen Sie mich in Ruhe, ich möchte alleine sein. Frau Sieland. Kennen wir uns? Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie. Viele Menschen lieben Sie, weil Sie sind, wie Sie sind. Ein Schauspieler ist nicht so, wie er ist. Sie doch. Ich habe Sie auf der Bühne gesehen. Sie waren da mehr so, wie Sie sind, als... ...als Sie es jetzt sind. Sie wissen, wie ich bin? Ich bin doch Ihr Publikum. Ich muss gehen. Wohin gehen Sie? Ich treffe eine alte Klassenkameradin, ich... Sehen Sie? Da waren Sie gerade gar nicht Sie selbst. Nein? Nein. Sie kennen Sie also gut, diese Christa Maria Sieland. Was meinen Sie? Würde Sie einen Menschen verletzen, der Sie über alles liebt? Würde Sie sich verkaufen für die Kunst? Verkaufen für die Kunst? Verkaufen für die Kunst? Die hat sie doch schon. Das wäre ein schlechtes Geschäft. Sie sind eine große Künstlerin. Wissen Sie das denn nicht? Und Sie sind ein guter Mensch.